Allein die Anfahrt, also heute Morgen dann, oder heute Mittag dann eher vom Flughafen los und München stellt man sich als Unaraner irgendwie riesig groß vor und schön und bunt und dann auf einmal fährt man aufs Land und denkt sich, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet, wo kommen wir gleich raus und dann steht man vor einem Kloster. Das ist schon sehr, sehr speziell dann, aber sehr positiv speziell. Und vor allem das Teilnehmerfeld, welches ja auch sehr, sehr positiv und sehr speziell ist, wo wir als kleines Start-Up aus dem Ruhrgebiet dann die Augen sehr stark aufreißen. Ja, es gab auf jeden Fall jetzt gerade schon sehr, sehr viel Feedback. Wir wurden schon sehr stark aufgehalten jetzt gerade hier zum Interview. Das heißt also, die Leute haben Interesse, haben weitere Rückfragen und genau das haben wir uns natürlich auch vorgestellt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020